Scherde, kennst du doch? Echt, das Kleinen auch schon. Ne, Rohre passen nicht mal. Ich hab mal geguckt... Oh, ich hab jetzt einen gezuckt bekommen. Du kriegst einen Gedanken, aber die nach vorne, die werden richtig spielen mit dem, oder? Ja... Zack, gleich wieder. Der macht das ja gar nichts aus. Jetzt ist er... Jetzt hast du Arschgehalten, Digga. Geil. Ja, aber Mutti. Geil. Meinst du, die würden ihm was tun? Die würden hinterherrennen. Spielen wollen die. Die würden ihn jagen, weil man da einfach rauslaufen würde, den schwarz einziehen würde, und die würden hinterherlaufen. Ne? Dann würde er ganz schnell merken, dass er ganz schnell langsamer wird, und die Pferde... Die machen gar nichts, ne? Das stört ja nicht die Geschwindigkeit, ne? Die sind ein bisschen schneller, Uwe. Und dann... Ich glaube, der ist ja wie so'n Trecker, ne? Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Was locken Sie ihn her? Ja, das hat nur toll! Dicker! Das sind Pferde! Das sind Pferde! He, er hat gedacht, die kommen jetzt. Ja, die Pferde können den Hund auch gut beschäftigen. Mhm. Voll cool! Ja, auch einer drum. Wir sind 17, die! Die wollen dann geschnuppern! Au! Au! Und jetzt? Jetzt weiß ich nicht! Das ist das Blöscher! Es ist bespricht! Das ist das Blöscher! Du bist der Blöscher! Du bist der Blöscher.